Der Kopfstrecke, da wird das Kohlfölz abgebaut. Heißt du, für solche Borde hier, bohrst du dann so 40, 50, 60 Loch. Jedes Loch ist 3 Meter tief. Das gibt so eine Bohrstange, die da drüben hängt. Dann wird 3 Meter Loch gebohrt. Dann kommt da Sprengstoff rein. Die ganzen Löcher, also sitzen mit Sprengstoff. Dann wird das verbunden, gekoppelt. Dann gehen wir 200, 300 Meter zurück. Und der Sprengmeister dreht dann den Zünder. Und dann kontrolliert, wie sagen wir, zum Schießen. Dann haust du noch ein paar Steine dahinter, das sogenannte Verziehen. Der liebe Gott macht das schon, aber der Steiger wird ja natürlich selbst. So, dann fängst du an, den Haufen wegzuholen. Ich bin bloß einfach. So, ich bin bloß. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020